Guck mal, Cosmo, das ist Tiger. Und Tiger möchte seine Tablette nicht nehmen. Verstehst du? Und ich hab's versucht, ihm zu geben, aber er will nicht. Und weißt du, was jetzt mit Tiger passiert? Tiger kommt nämlich ins Tierheim, wenn er seine Tablette nicht nimmt. Und dann muss er mit ganz vielen anderen Kätzchen auf einem engen Raum zusammenwohnen. Und er kriegt keine Leckerlis. Nicht jeden Tag. Vielleicht einmal die Woche. Aber nicht jeden Tag. Außerdem darf Tiger nicht immer raus, wann er möchte. Außerdem wird bei Tiger nur einmal am Tag das Katzenklo sauber gemacht. Und das Schlimmste ist, Tiger bekommt nur portionsweise Essen und nicht immer dann, wenn er möchte. Und damit Tiger nicht ins Tierheim muss, muss Tiger seine Tablette essen. Sonst kommt er sofort weg. Möchte der kleine Cosmo vielleicht auch seine Tablette essen? Ja, sehr gut. Habe ich mir doch gedacht. Was ist er, was ist er? Ich bin, wenn er jetzt schon mal an, wenn er sich nicht anschaut. Ja, ich bin, wenn er sein will, wenn er ihr nicht nur ein Stück位 ist.